Liebe Leserinnen und Leser, wir sind heute unterwegs im Bundeshaus und setzen den Politiker die lustige Brille auf, die ich an den Gesichtern erkennen kann. Und hier schauen wir mal, wie die Politiker darauf reagieren. Ah ja, Elisabetta Schneider-Schneider, Nationalrat, kristisch-demokratische Folter. Ja, Silva Semar, die Nationalrat, sozialdemokratische Partei. Nein! Fast geändert. Carlos Semaruga, ja. Aber eigentlich sollte ich jetzt noch untagen, vor allem. Untagen? Carlos Semaruga, was hast du alles verbrochen? Was siehst du schon? Ich sehe es, Identifizieren. Ja, genau. Katrin Bärtschi, Nationalrat, gründer über alle Partei. Es hat Identifizieren. Es passiert nichts. Oh, Mann, Identifizieren. Das ist doch. Das ist doch. Jetzt musst du mal gucken. Jetzt gehst du aber den Nationalrat. Jetzt gehst du mal noch mehr. Und der SKP. Ah, Mann, kommst du? Sandra Solberg. Ja. Warte, das muss ich... Stopp! Bleib stehen! Nein. Oh, ich bin jetzt noch. Oh, der kommt. Er ist offen. Oh, du weisst, er ist offen. Ich bin hier unbekannt. Ich bin hier unbekannt. Stopp! Stopp! Jetzt kommt mein Bild, Doris Fiala. Kennst du es? Meine Foto kommt, Doris Fiala. Ich kann nicht. Da stehen die Finger weg von einer Frau. Was ist das? Wer ist da noch? Da bin ich gar nicht. Da kommt nichts mehr. Ist der Akulär? Da kommt nichts mehr. Denkst du frustratischen proposierst du aus der Marke Minster Hans plötzlich Sweet. Du selbst in eine Frau Bisch, Was war... Du schnuss! Was ist es da für eine Frau oder ONE hin? Jeche, wir... Deine Lassen nicht auf,